Hinter dem DJ-Pult heute. Das bedeutet nicht nur, dass ich endlich meinen Platz für meinen Computer habe, sondern auch, dass ich auf der anderen Bühneseite stehe. Da drüben ist der Christoph, ganz weit weg. Aber die Anlage macht ordentlich Wumms. Na dann, legen wir mal los. Das macht schon Spaß. Happiness is a choice.